Am 18.04.2023 und 20.55 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem Körperverletzungsdelikt in einem Bus der Linie 608 zum Berchtag von Suttabplatz alarmiert. Vor Ort wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet. Im Einsatz waren zwei Funkstreifenkraftwagen und ein Funkwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.